So, jetzt können wir endlich in die Wachfeste zurück und uns dort die Sachen kümmern. Ja, die Kartei haben wir leider verloren, weil die werden einfach blau, sobald wir die Map verlassen und neu betreten. Hat sich allerdings gut gelohnt, würde ich sagen, weil wir können jetzt stärkere Helden rufen. Wobei, vielleicht werden sie wieder grün, sobald ich das Tor geöffnet habe. Kann ja sein, dass das noch ein Trigger ist. Ah ja, man merkt, wir nähern uns langsam wieder den Ende. Wir haben die meisten unserer Nebenquests abgeschlossen. Den letzten Drakon können wir ja jetzt dann hier abschließen, beziehungsweise mehr oder weniger. Und Kampf im Kolosseum kommt dann auch noch. So, du machst deine Heil-Aura an. Wird sofort ausgeführt. Gut. Sofort. Schnell. Sofort. Dann haben wir uns mal durch die paar Untoten. In die Schlacht. Zeit zu sterben. Feindlicher Angriff. Verstärkt die Deckung. Haltet durch, Männer. Schlagt sie zurück. Feindlicher Angriff. Schließt die rein. Zurück mit euch. Nicht mein Irrfit Hauen. Möse. Kämpft. Bereit und los. Für die Rune. Die Rune befehlt. Auf meinem Befehl. Okay, der Praetorio wurde von einem Eisschlag, glaube ich, jetzt gerade getroffen. Also, ne, yay. Schlagt sie zurück. Feindlicher Angriff. Verstärkt die Deckung. Sie sind überall. Schließt die Reihen. Zu Befehl. Unverzüglich. Haltet durch, Männer. Kämpft. Da ist der Schlüsselwächter. Schlagt sie zurück. Schlagt sie zurück. Schlagt sie zurück. Verstärkt die Deckung. Auf mein Kommando. In die Schlacht. Sofort. Schnell. So, holen wir mal. So, man greift. Schließt die Reihen. Achtung. Schließt die Reihen. Verstärkt die Deckung. Schlagt sie zurück. Zeigt zu sterben. Sie sind überall. Überall. Halte durch, Männer. Kämpft. So, beim Avatar überwiedersagen, dass er etwas rauchen soll und was. Feindlicher Angriff. Schließt die Reihen. So, das aktivieren. Hier die Tür aufmachen. Das Tor ist verschlossen. Den Schlüssel des Skelett Generals benutzen. So, Questbuch wurde aktualisiert. Ich habe Erfahrungspunkte erhalten. Sehr schön. Okay, die vier, die werden nicht kommen, so wie es aussieht. Dafür ist Alia wieder bei uns. Und eine kleine, nette Karteiarmee. Naja, die vier, auf die können wir gut verzichten. So, dann alle mal hinter mir her. Wir müssen uns hier um ein paar Eiserne kümmern. Verteidigt euch! Oh, wir machen schon die ersten Verluste. Dann heilen wir doch lieber mal dagegen. Feindlicher Angriff! So, und jetzt müssen wir gucken, dass wir die Eisernen... Alles klar! ...und sofort die Schweipflanzen weglocken. Alles klar! Zu Befehl! Haltet durch, Männer! Die Rune ruft! Haltet durch, Männer! Haltet mit euch, Krieger! Oh. Verstärkt die Deckung! Das finde ich jetzt allerdings nicht so gut. Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Oh, der Frostbringer ist aber schon tot. Der eine jedenfalls. Feindlicher Angriff! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Was auf dem Weg? Na, nein. Feindlicher Angriff! Alles klar! Auf mein Kommandant! Schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! Zeit zu sterben! Sie sind überall! Schlagt sie zurück! Okay, jetzt zurück ist so gar nicht gesagt. Gut, jetzt können sie sich alle wieder einmischen. Verstärkt die Deckung! Schließt die ein! Sie sind überall! Zeit zu sterben! Falte durch, Männer! Feindlicher Angriff! Auf meinem Befehl! Immer schön auf unser Irrefit achtgeben. Schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! Was wünscht die Rune? Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Auf mein Kommando! Bereit! So, das war das! Wieder alle hinter... Nein, du nicht! Du sollst nicht... Äh... So! Alle hinter mir hier! Dann gucken wir erstmal in die Truhe! Hier ist nichts, was wir noch einsammeln könnten! Nö! Hand auflegen! Verstäbe und so! Die Nicker! Hu-h-h-h-h! ja hier unten sieht böse aus auf dem weg schicken wir mal unseren schützen auf abwege dass er die tour da plündert da machen wir mal wenigstens die untoten hier auf der seite weg und ja dann ziehen wir uns hier oben auf den berg zum baum zurück zu alles klasten ist besonderes hier zu befehl feindlicher angriff haltet durch männer alles klar schickt sie zum seelenfluss alles klar sie sind überall die an ich stehe wieder hier die wollen sich jetzt gerade nicht bewegen ja hoffentlich bringt schenke weiters nicht um weil dann die erfahrungspunkte flöten aber sieht nicht danach aus ok so jetzt verteidigt euch die beiden knochenkörper aufeinander nehmen aber ja hier unten brauchen wir gar nicht erst versuchen was zu machen hier 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 überlegen ob ich einfach mal hier den ersten angriff abfangen soll aber lieber nicht Bis zum nächsten Mal.